Moin Leute und Willkommen. Und zwar mal ein kleines Infovideo. In Bezug auf die Videoqualität von dieser Woche. Also erstmal ein großes Sorry. Ich habe das einfach zu spät gesehen mit den 720p, dass das echt so grausig aussieht. Ich habe jetzt auch die Software ausgetauscht, auch jetzt mit guter Unterstützung. Also sprich, ich kann fast von der Zeit her doppelt so schnell rendern. Aber bei wesentlich besserer Qualität und die Dateien bleiben eigentlich von der Größe her gleich. Also kann ich immer noch spontan eben mal was aufnehmen, das hochladen. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn mal irgendwie was Witziges dann entsteht. Ja, und dann zum Sendeplan. Wir werden jetzt versuchen, dass wir jeden Tag eine DayZ-Folge hochladen. Mindestens. Und ja, so alle zwei bis drei Tage wenigstens ein BF3-Video. Und Farquay 3, den Korb, werden wir jetzt erstmal sein lassen. Weil, ja, ich fand den jetzt nicht so atemberaubend und macht mir halt keinen Spaß großartig. Deswegen lohnt sich das einfach nicht. Hätte man vielleicht vorher anzocken sollen, aber mein Gott. Jetzt habt ihr es gesehen, werdet ihr jetzt feststellen, dass es nicht so unser Ding ist. Oder mein Ding, besser gesagt. Und ja, deswegen wird das erstmal sein gelassen. Wir werden halt schauen, dass wir irgendwie noch ein Spiel finden, was uns Spaß macht. Und dann werden wir das halt mit aufnehmen. Könnt ihr auch ansonsten Video-Vorschläge posten. Und dann gucken wir mal, was sich da noch finden lässt. Ein drittes Projekt, weil drei Projekte mindestens sollten eigentlich drin sein. Ja, das dazu. Und damit wäre, glaube ich, auch alles gesagt. Dann noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao. Ciao.